Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember 2021. Mein Name ist Norbert Giesow. Gestern habe ich ein Video aufgenommen, was auf 1961 BOOM zu sehen ist und was ich hier auch in den Schuhennoten, also unterhalb des Videos, verlinken werde. Und zwar habe ich da mal die Themen des Jahres mir genommen und einen kleinen ersten Ausblick auf das Jahr 2022 gewagt, aus astrologischer Sicht. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, den Link packe ich hier runter. Ja, heute ist es nun soweit, die Sonne. Heute haben wir Sonnezeichenwechseltag, denn die Sonne wird aus dem Schützen in den Steinbock wechseln. Und zwar heute Nachmittag um 16.59 Uhr, also quasi um 17 Uhr. Jetzt die letzten Stunden mit der Sonne im Schützen. Dann wechselt die Sonne in den Steinbock. Damit beginnt offiziell die Jahreszeit Winter, kalendarisch gesehen. Und außerdem wird dann die heutige Nacht, die ja dann schon im Steinbock stattfindet, wird dann schon nicht mehr die längste Nacht sein. Denn diese war es zum Heute. Das ist die Wintersonnenwende. Von nun an werden die Tage wieder allmählich länger. Auch wenn es zuerst nicht merkbar ist, ist der Umkehrpunkt geschafft. Die Wiedergeburt des Lichts im Zeichen Steinbock. Wobei man natürlich in den Tagen des Steinbocks, also in den jetzt folgenden 30 Tagen, kaum eine große Vergrößerung der Helligkeit beobachten kann. Aber innerlich weiß man es. Das ist nachher vor allem im Wassermann mit den Lichtfesten möglich. Ja und mit diesem Eintritt in den Steinbock beginnt natürlich auch die Steinbock-Zeit. Und das bedeutet eben auch zum einen die Reduzierung auf das Wesentliche. Das ist oft nach außen gerichtet. Das geht ganz in analog mit der mythischen Geschichte um die Geburt Jesu im Stall. Dass man alles das nicht braucht. Dass ja die Geburt der Sonnenhelden, wie auch Jesus, ja die Geburt der Liebe, die Geburt der Integration von weiblich und männlich. Dass es das alles nicht braucht, letztlich für einen guten Menschen, um ein guter Mensch zu sein. Und dass es auch für uns darum geht, hier unseren inneren Jesus, unsere innere Liebe zu entdecken. Indem wir uns vielleicht manchmal auf das Wesentliche reduzieren und das innere Licht suchen. Der Steinbock steht ja an dieser Weggabelung. Einerseits kann er den materiellen Weg gehen, also mit den Kardinaltugenden, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Beharrlichkeit, Disziplin etc. sich selber auch beschränken zu können. Kann der Steinbock eben auch in der äußeren Welt sehr viel erreichen. Er kann da Karriere machen, erfolgreich sein oder Macht bekommen. Macht ja auch ein Thema im Zeichen Steinbock. Wobei es da im Grunde eher ums Machen geht. Also Macht von Machen. Was kann ich machen? Oder er kann den Weg, den inneren Weg gehen, den esoterischen Weg, den Weg nach innen, den Weg der Suche des inneren Lichts, die Suche nach der Selbstüberwindung, nach der Selbstlosigkeit, die sich ja dann in den Zeichen Wassermann und Fische vor allem fortsetzt. Weil die Steinbock, Wassermann und Fische sind ja im Tierkreis die überpersönlichen Zeichen, wo sich Persönliches mit Überpersönlichem mischt. In diesem Jahr ist der Steinbock-Eintritt ja verbunden, wie ich es dann auch im Jahreshoroskop ausführlicher dargelegt habe, mit mehreren anderen Konstellationen natürlich. Ganz zuerst zu nennen hier das Quadrat von Saturn und Uranus. Beide werden am 24., also am Freitag, wird deren Quadrat ein drittes Mal in diesem Jahr exakt werden. Dann laufen sie erstmal ein bisschen auseinander, um dann im Oktober 2022 nochmal dicht aneinander zu rücken. Aber dieser Quadrataspekt kommt exakt nicht mehr vor. Also es ist wirklich dann erstmal das letzte exakte Treffen zwischen den beiden. Und dann kann auch nach Weihnachten oder auch im Januar kann auch eine gewisse Entspannung eintreten. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, hier jetzt im vorletzten Grad des Wassermanns, wird am 29. Dezember in die Fische wechseln. Den Wassermann verlassen in den Fischen eben einer für vielleicht eine vertiefte Spiritualität, aber auch für eine noch tiefere Verblendung sorgen können. Auch dazu mehr im Jahreshoroskop. Und natürlich Venus, Pluto, Venus ja rückläufig seit dem Wochenende läuft hier rückläufig wieder auf den Pluto zu, den sie ja gar nicht weit verlassen hat, den sie am 25. Dezember nochmal erreichen wird. Also zu Weihnachten nochmal hier wichtige Aspekte werden hier nochmal exakt. Dann wird Venus vom 25. an sozusagen dem Pluto rückwärts entlaufen. Aber wir müssen halt bis dahin auch damit rechnen, dass Schattenthemen in Begegnung und in Werten auftreten. Dass Geldanlagen im Moment unsicher sind, dass man nicht genau weiß, wie es auf dem Aktien-, auf dem Kapitalmarkt, auf dem Immobilienmarkt weitergeht mit den Inflationen, Zinsen etc. Hier ist eine große Unsicherheit drin, auch eine große wirtschaftliche Unsicherheit, was jetzt irgendwie die neue Corona-Variante wirtschaftlich wieder für Folgen hat, ob es wieder Lockdowns gibt und so weiter. Hier steckt also auch eine Menge Angst und Befürchtungen drin. Und Angst und Befürchtungen, die sind ja psychologisch gesehen, fördern, die ja dann auch die dementsprechenden Handlungen, also je mehr Angst ich empfinde, desto ängstlicher verhalte ich mich auch etc. etc. Hier gilt es für uns genau zu schauen, irgendwie was sind eigentlich unsere wahren Werte, sind unsere Werte wirklich nur so am Außen angelehnt, an Geld, Materie oder eben an inneren Werten. Also hier durchaus die Konstellation, die uns auch da mal von weglocken will, um mehr wieder die inneren Werte, innere Freude, Ruhe, Stille, Mitgefühl zu erfahren. Der Mut als Tagesanzeiger der Energien wird heute den Dienstag über, auch den Wechsel im Steinbruch um 17 Uhr passiert noch mit dem Mut im Krebs, was ja eine sehr starke emotionale Note in den Tag hineinträgt. Mit dem Mut im Krebs geht es ja oft darum, oder geht es ja grundsätzlich darum, sich in sich, mit sich, in seinem Zuhause, mit seiner Umgebung wohlzufühlen und auch dafür zu sorgen, dass andere es tun. Also der Mensch mit dem Mut im Krebs oder der Mut im Krebs sorgt sich sehr um andere, wenn er dann selber eine gewisse emotionale Stabilität gefunden hat, manchmal sogar bevor er das gefunden hat. Und hier geht es eben für uns auch zu schauen, was brauche ich, wie ich es auch gestern im Tagesrucksgruppe gesagt habe, was brauche ich, um emotional zufrieden zu sein und mich emotional sicher zu fühlen. Der Mut wird dann heute am späten Abend um 22.53 Uhr in den Löwen wechseln, sodass wir so zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr Mut Wechselenergie haben. Und dann haben wir Mut im Löwen bis hin zum Freitagvormittag, also Heiligabendvormittag wechselt dann der Mut in die Jungfrau. Das bespreche ich aber noch. Dann am heutigen späteren Abend Mut im Löwen, kommt vielleicht ein bisschen mehr Energie wieder in die Geschichte hinein. Morgen dann Mut im Löwen und Sonne im Steinbock, die beiden Zeichen, die auch mit Macht zu tun haben. Da geht es vielleicht auch darum, wer die Macht hat, wer auch in uns die Macht hat, die rationale Planung oder das Herz. Das und ein paar Anregungen zum heutigen Tageshoroskop. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag, einen guten Übergang in den Steinbock. Und wenn ihr wollt, dann sehen und hören wir uns morgen wieder zum Tageshoroskop. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.